Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer, äh, zu einem Gameplay, einem League of Legends Gameplay. Äh, eigentlich wollten wir vorhin Terraria aufnehmen, Problem ist, bei mir leckt Terraria des Todes, wenn ich gleichzeitig aufnehme, also bitte entschuldigen Sie dies. Und ich habe keine Ahnung, worüber ich labere. Wir spielen Ezreal und, äh, Ari Botley, beide mit der Card-Skin, ich und Niklas, ja? Und müssen gegen das komplette Abfuck-Team auf Doom. Die Gegner haben keinen Supporter, heißt Kalisto und Jinx nicht auf NLA und wir sind total gefickt. Oh, die haben auch eine Ari. Äh, krasser Ari. Obwohl ich mit Ari relativ gut spielen kann, Alter. Ja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ja, easy getarried, Alter, wir carry die Scheiß aus dem Leben. Ähm, wir haben zwei Juggler, weil die beide irgendwie komplett boosted waren. Der eine hat top geschrieben und einen Dorf-Jungler gepickt. Solche Leute liebe ich. Äh, Yannick muss leider schon schlafen gehen, weil er ein kleines, süßes Kind ist. Kleines, süßes Kind, die hier wird's niedlich. Er nimmt das, wir haben doch eh... Ach nee, das war mit Yannick der Runde. Ach so, und die Runde, die ich wahrscheinlich davor hochgeladen habe, die mit Yasuo. Ich hab ein fucking S-minus gespielt mit 23,5, Alter. Rötet mich. Und ich hatte sogar Most-Farm, glaub ich, irgendwie. Aber egal, ähm... Niklas, ich bin jetzt bei Shareshock Live Level 11, ne? Rückwunsch, ich bin stolz. Ja. Ich hatte das Spiel seit gestern und ich bin jetzt schon Level 11, aber das ist schon freundlich. Level 15. Warum ist unser Last-Guy irgendwie AFK, Alter? Warum lädt der Junge nicht? Ah, jetzt. Oh, Leute. Sind beide Mains, Alter. Das sind dann auch die einzigen Mains. Nein, Digga, ich bin Ezreal-Main, Alter. Das weißt du bloß nicht. Und vom zweiten Account habe ich ihn halt wirklich Level 6, aber... Hm... Boah, die Gegner... Wir haben zwei dieselben Champions, die die Gegner auch haben. Nice one. Niklas. Ja. Hey. Ich fang mich schon auf meinen Geburtsipp, Alter. Ja, der wird gleich geboostet. Ich fang mich auf Yannick, den kleinen süßen Ball. Mit Yannick-Boy. Mit Yannick-Boy. Mit Yannick-Boy. Mit Yannick-O. Mit Yannick-O. Ja. Ähm. Auf jeden Fall, alle Leute, die es nicht wissen, Yannick und ich. Sind wundervolle Menschen. Seid wundervolle Menschen? Yannick wohnt ein bisschen von mir weg. Und bis zu meinem Geburtstag kommt ihr dann das erste Mal zu mir und wir können uns kuscheln. Okay, Alter. Nein. Aber... Das ist schon geil, Alter. Ich schwöre, das wird besser geboostet werden. Weil alle Leute, die es nicht wissen, ich habe am 1.7. Geburtstag. Ähm... Niklas. Was? Dein Backport ist jetzt wirklich geil, Alter. Weil du durch dieses Ding rein springst, ne? Meiner ist halt vollkommen random. Ich feier mich... Und dann bin ich weg. Vollkommen boostet. Okay, Lies, Tokugang. Nikolaus, Nikolaus. Lies, 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 Lies. Danke. Jetzt sieht man gleich wieder mein Skirm mit Ezreal. Der nicht existentes Skirm. Okay, ja. Bring! Bring! Ein richtiger Snob, Alter. Nur ich liebe dieses Wort. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe das Wort Snob. Da kommt auch noch die Musik von Arcade. Das ist so geil. Nikolaus, lass uns backboarden. Das ist voll random, Alter. Einfach mal den Weg stellen, Junge. Ja, Mann. Dass ich nicht angreifen kann, du Pischer. Lass dir den Farm, ne? Ich brauch den Farm ja nicht so. Ja. Ja, ich probier zumindest den Farm zu kriegen. Ja, den U-Bitzer. Meiner. Oh, Junge. Oh, ich hab mit Lexus. Oh, das ist ja. M-S-Einbrüche. Sieben. Oh, lol. Oh, lol. Der Dodge. Läuft rein. Ich wär über Nico wüsste, dass du mit Dings spielst, dann würde ich dich töten. Ja, ich weiß. Fied extra rein, ne? Dass er dann schön, wenn er das Video sieht, aber schön weint, Alter. Jetzt lass ich die Diskussion zwischen Morten und ihm sehen müssen, Alter. Das war so. Richtig mit jeder Scheißer hin. Oh, nice barrier, Digga. Baron. Warum Baron, Alter? Ich hab... Ich weiß, aber das ist so ein... so ein wunderschönen... in the blood. Baron. Niklas ist boosted. Äh... Gibt's lau... Niklas, sag mal was. Ja. Ich hab die lauter geschraubt, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Ich bin so richtig gempt. Oh, ich hab 10 Farms. Ich bin glücklich. Ich hab zwei. Jetzt hast du drei, du Higgs. Drei. Drei. Sieben. Oh, meine Ult wird geil. Damit kann ich rumhopsen meine... ähm... Geschämt, Junge. Oh, hast du den... Als ob die jetzt erst den... den Dings gemacht haben. Oh mein Gott, sind die dumm. Oh Mann, Alter, jetzt ist es zoll geworden. Kriege der Scheiß. Ah, das... Ich hab meiner Probleme. Ja, auch. Ein typischer, ähm... Ari. Ja, ja. Ein typischer Einwürdig. Also ich hab dann auch das Todes-Mann-Problem, deswegen Dosser-Trainer-Postgeger. Das ist nur mit Ihrem Wortmann. Ohne Amaras, sondern das, was ich mir aussprechen kann. Dieses Buch da. Oh, Röle Monika. Ja, ich kann das nicht aussprechen. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig aussprechen. Ich hab' ich vergesen. Ich brauche 750. Das haben wir nicht glücklich. Wie brauchst du? 350. 750. Und ich hab' gerade 580. Warum kommt das nicht runter? Du hast runter. Oh leu. Mein Leben. Ja, das wollte ich auch grad so ansprechen. So ein richtiges Bait... Ich wollte gerne eine Mischung zwischen... Bait... Bait... Eine Mischung zwischen Bait und Leckerli sagen. Bait und Leckerli? Nein. Aber ich hab' irgendwie nicht hingekriegt. Ne, so, weil ich so ein... Nein! Moment. Ich weiß es nicht, wenn das nicht... Oh, Loll. Er schließt da. Welches Wehrwert geflasht? Und hier ist raus. Die, 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 die... Oh, Loll. Oh, Loll. Warum hab' ich grad zu viel MS, Alter? Weißt du nicht, eigentlich? Komm rum, Junge! So, Burst-Damage, Alter! Ich hab' keine Mana. Nice. Geil. Wen wird's hier ficken? Hey, ich hab' den geileren Skin hier von uns. Hehehe. Hehehe. Arcade... Ich find' Arcade-Ari wird... Ja, Mann, der Skin ist übrigens nice. Also, es gibt natürlich geilere, aber den find' ich mit am niceesten. Dafür, dass aber Arcade und... Also, Arcade-Ari und Arcade-Dings leicht viel kostet, finde ich Arcade-Ari sehr viel besser. Ja. Obwohl ich sogar als Profilbild, also als Bild, äh, den... As-Riskin meistens habe. Als... Na man an Icon. Ja. So. So, ich kann back hier noch mehr als Dings machen, ne? Rainer! Komm, Niklas! Komm mit back! Ich brauch erst noch 70 Volt. Ja, okay. Dann halt nicht. Und weg bin ich. Und Schuhe sind da. Und 5 Potions sind da. Und ich bin back on lane. Bin er erst irgendwann. Was, Lee, sind es gestorben? Gestorben. Die ist gestorben. Ja, Mann, die ist gestorben. Oh, Mann. Jetzt wird's aber hopsen, ne? Oh, shit, Alter. Irgendwo, die hat richtig übertrieben, Alter. Die hat einfach die Spee raus von mir rausgerissen und macht null Schaden, Alter. Die übertreibt, ne? Jetzt machen die echt Schaden. Ja, schon irgendwie. Aber das rausziehen hat halt voll wenig gemacht. Ja. Ja, im Early ist sie auch bad eigentlich. So, ist sie schon stark, aber nicht so krass. Also, brauchst du ihm die Speere her. Ja, komm mal. Ja, ne? Ja, mach mal. Ja, mach mal, mach mal. Wenn du da Scham getroffen hättest, wäre es so Legendary gewesen, Entschuldigung Niklas, aber Kills sind mir gerade sehr viel wichtiger als du, Bamiume, nice, nice one, wer ist hier als Remain her, wer ist hier, ja, ja, wer ist hier, ja. Hast du dieses wundervolle Lied von Bibi angehört, Niklas? Hä? Hast du dieses wundervolle Lied von Bibi angehört? Ja, ja, saursam. Ich bin's halt, es macht den Todesohrbaum des Todes, den Todesohrbaum des Todes, aber nein, ich hasse es, dass alle Leute das Lied Flame, ja, es ist schon scheiße, und das liegt daran, dass es nicht für diese alten, für die meisten Leute Altersstufen gerecht sein tun. Weißt du, kriegst du? Hm. sich aktiv ich akzeptiere man konstruktive beträgt dafür halb davon hat gedreht und guck mal wer die sind muss sagen sie hat erreicht und den todes ohrbomber mit davon kriegt von diesem lieb um junge komm rein rein ich hab mein schämen ich hab mein schämen zeig dein skill alter drauf dass keine rocke kommt noch ist die leute und unser tor wird angeblich damit zu relativ stark solle und die die bietet die 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 junge und als mittler die sache ist einfach nur Sajang da komplett nicht denken. Ah, ich bin auch tot. Schade. Uri und ich bin mobil. Ich bin Uri und ich bin ein Boot mobil. Was? Das ist eine fucking Hölle, Alter. Ich bin Uri und ich. Ich bin ein bloß Pferdchen, was? Du laberst so in Bullshit manchmal. Nein. Mein Lifestyle. Und der Jungler ist vollkommen boosted von uns. Ja, minimal. Und der macht Drake. Und der macht doch kein Drake. Er geht zum Drake ins Pit rein und geht dann einfach wieder raus. Was ist seine Mission? Hat keine. Er ist nicht mehr geworden oder so. Ey. Solche Leute, ne? Komm rum, Junge. Äh, ich hab es erst, ne? So, ja, klar, dass du es erst. Wie geht es doch? Wie geht es? Komm rum, Junge? und und mit dem bonbon und dem bürger und den dünnen 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 bau jungen als der snipe so will ich das sehen was als ob also und da ist leute und ist neu zu tun jetzt neu die große Kronik um morgen und drüben egal ob das Wort und der dritte und der dritte was ich bin voll zufrieden mit dem leben ich habe schon eine ganze zeit bluboff her wo er rüttelt wo kommt er jetzt botlen fließt hin dieses shit alter er wird rekt man nein will er nicht ja das kann verstehe nicht was seine der ist einfach konstant da ja es konstanter ist da aber man weiß nicht was sein plan ist und das ist eine arimane ich bin besser als jahre es hat einfach die skills ausgepackt hätte das geht aber das ist das geht kann ohne einfach das was er nicht weiß was es ist dann bin ich einfach nur das gilt so ich würde mit der kann ohne das gilt schlossen und schützungen der blieb 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 was er wird zu muka hat sollte irgendein sternwächter skin leider nicht nein und jetzt gesagt könnten wir irgendeine sternwächter kombo spielen bahnjunge oh leu wir haben wir sonst noch für eine skinreihe gemeinsam und ein team baum spielen oder rocke natürlich perfekt gelotgt wie man es von mir kennt eigentlich nicht das tue ich denn ich schießt jeden schuss daneben also wenn es jetzt scham das ist nicht wichtig hallo ein passwort und mit dem kürzelt wird der jünger hat das maul und gehe raus ey entdecken ich noch ist diese komische neuer muss neuer passwort ja mann händel macht es gibt muss jeden tag also ja ich einfach der knacker bin ja krass es ist auch so schwer dieses baukehre russ auf dem baukehre ich weiß dass ich mich auch im Passwort knacken weil ich so schwer ist man ich spiel zu Loll ich knack auf meine Konten wie bitte spiel zu Loll nein spiel CS ich spiel H1Z1 Schade Alter ich spiel nur Loll ja ja meistens schnell zu das spiel schnell zu meins oder weiß ich kann dich jetzt auch nicht rauswerfen ne das ist scheiße steh gleich versuch gerade ein anderes Wasser zu knacken hehehehehehe hehehehehe oh man ey ey net da muss ich noch was lieben am besten so um weg ne Ich kann nicht mehr joinen in den chatten, die muss man, die muss ich machen. um k klappt du hast keine Poppys, Alter doch eigentlich schon, Passwort knacken Professional Hacker ja, also wenn ich auf dem TSG so eins ist immer sicher eures kriege ich habe ich immer so aber bei den anderen da da musst du immer so ja entweder ist eures 1 oder 1,2,3,4 ja, wir können es halt auch nicht das habe ich schon in meinem Kopf gespeichert oh, hier kann man auch nochmal probieren oh oh wenn ich draußen bin, wisst ihr, der Knacker hat mir was gepackt oh 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 ich mach bald Bewerbung, Passwortknacker. Ah, das ist so. Wir können ja, man. Es geht schon ruckzuck, hier die Butter schon raus, hier Passwörter. Ja, man. Guter Knacker, das kannst du mir ruhig sagen. Das weiß ich aber. Rainer. Rainer. S. Ja, das geht alles nicht. Was ist denn Rainer los? Das ist ein Levelpasswort. T.S. Go. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2. Geht alles nicht. Junge, Alter. Das ist einfach richtig genial dir einfach nur zuzuhören, ey. Wie ist das? Ja. Es geht ja mal gar nicht. Es geht ja mal das Passwort an. Es go, 1, 2, 3. Es go, 1. Es go, 1, 2, 3, 4. da muss ich mein programm auspacken wo kann man noch leute treffen 1 so die sind zu 1 2 3 4 5 zu 6 in einem vierer channel das ist auch gut quick drop klar professioneller minecraft klar m m m m m m m ein Kein Meistwort geht ne das ist so retarded retarded ja das kann auch ein Passwort sein das ne ja klar man direkt knacken hier retarded auch ja klar man ich bin fast in die Gaunerei reingekommen aber nur fast User was moved out of your channel Niklas User join the channel ja moin mein lieben Freund schaut mal wieder euer Passwort geknackt mal wieder einfach heute morgen versuch ich nochmal ja ok morgen endlich Passwort ne 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 ich mach was einfaches ich mach was einfaches ich mach was einfaches das du hinkriegen kannst okay das freut mich Da mach ich wieder Niklas, Alter, Niklas Hä, wo ist Niklas hin? Niklas Ist gemutet oder so, ich schwöre Oh Mann, ey Ich höre, der Typ ist übelst geil Brauch übelst Abfuck irgendwie Ja, das hört man auch Ich find's auch sehr langsam Das ist halt so Vollkommen random, Alter Der kommt jeden Tag irgendwann in diesen Channel rein Laber dann fünf Minuten mit irgendeinem Und dann geht er einfach wieder raus Oder man muss ihn halt moven irgendwann Oh, jetzt hab ich den Namen für die Folge, Dinger Oh, Hacker Easter Aber die Runde läuft eigentlich voll Also es geht Manche sind halt peated irgendwie Aber sonst geht's halt klar Wie auch immer die Jinx gefeated worden sein konnte Niklas Oh, schade Ich würde sagen, dass du mitlenken sollst Boah Alles klar, Mann Du hast halt voll die Supporter-KD Ja, ich hab auch die Supporter-KD auf Doom Wie gesagt, ich kann mit einem supporten Jetzt hast du auch den Beweis Ich glaub, wir haben sogar noch irgendeinen Skin, den wir beide haben Ich hab irgendeinen Karma-Skin Ich hab irgendeinen Karma-Skin, von dem denkst du auch irgendeinen Skin hast Ah, stimmt Äh Äh Lotus-Orden Genau Ja, dann muss ich Irelia spielen Ja, passt schon irgendwie Ja, ich als Irelia-Spieler Du bist besser Irelia-Spieler-Alone Klar, hallo, ich spiel den Ich spiel den jeden Tag mindestens einmal Also, dann schon Oh, Alter, dieser Schaden, den da raus Ja Ich liebe meinen Old so hart, ne Die ist so geil animiert Beziehungsweise ist so geil Ob er dem Skin ist, ist so ein Legacy Ich finde die so viel besser als die von Puls-Fly-Eyes-Riskan Und sich der Puls-Fly-Eyes-Riskan ist schon ganz schön bad Ja, aber der wird ja auch neu gemacht Ja, ja Ist das nicht sogar der älteste Skin von denen? Nein, es ist Ah, ich bin tot Bye Ja, der Pika ist einfach Oh, okay Keiner kennt den Rungeg außer ich und Auch nicht du Nee, ich auch nicht Ja, du auch nicht Äh, ich doch Ach, los Well, der ist den Menschen ich liebe es so zu sprechen der Champion und traurig das irgendwie kein Sinn ergibt dass es traurig ist wenn du Champion nice ist aber ich werde aber keine gute benotung kriegen wenn es arbeiten gebaut hat was tut ihr denn ich bin zufrieden mit meinem leben ich bin zufrieden mit meinem leben ich hab drei aces bekommen wie konntest du ihn haben bist du admin der dings was bist du admin oder warum konntest du ihn also ab und ist wieder was er hat meinst du wer hat die gebucht ja gar keiner hat ein passwort geknackt aber wie bei mir hat sie gesagt ich kann nicht muchen ja okay dann hat er doch einen schenkel gefunden ja kann gut sein wenn man dann noch mal reinkommen ja ich hasse den ding wie heißt denn der psycho äh psycho kein namen glaube ich ich weiß es nicht ja der psycho er hat einen channel erstellt 1 2 3 ist nicht das passwort probier's mal mit 1 der typ ist so genial alter ich weiß nicht so welche leute die einfach reinkommen sie durch die mega genial immer ich feiere oder wenn du irgendwelche leute das ist auch richtig geil auch der channel auf dem ich bin also auf dem wir hier sind ich wollte der hat richtig geil und so alles also richtig geil die rechte haben wie wird es mal und er zieht sie raus mal alter guckte mein leben an die nächsten aufnahmen werden leider nur mit dir allein sein oder mit janik oder nico weil ich bin so für mich da das hast du auch schon gesagt in der laberstunde ja aber nicht alle gucken ja die laberstunde manchen finden das ja langweilig aber erstaunlicherweise hat es mehr aufrufen als die komplett ins play ist die türen wieder ja aber keiner hat sich bis zum ende angeguckt und doch ich hab das am anfang gesagt ja du hast es relativ spät am ende gesagt ich war danach nur eine runde shellchop und dann gehe ich kann alter der shellchop macht so süchtig ey so ich gestern abend so ja noch eine runde raus in drei stunden geworden ich wollte um 21 Uhr pennen gehen und ich habe bis halb eins gespielt oder so rg ich konnte einfach nicht aufhören dieses spiel zu spielen weil die spiel hat so viel alle ping junge macht doch übel spaß das spiel genauso wie es wir spielen es wird darum habe ich so ein dieser melodie zu reden ich habe so ein hartes Ohrwurm von diesem Dieb alter hörst du das dumm nicht ich ist dumm das die ganze zeit schon alter es ist so schlimm und ich kann nicht aufhören damit das 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 258 warm haben hier hat unser die sind 258 waren der geht die ganze zeit auf die lanes das ist schon ganz schön viel immer schon viel schaden da kann man nichts gegen sorgen ich habe ein kleines problem auch wenn ich nur super da bin ich kann schon die kombos doppeltötung so nico wenn du dieses video sie ist ich kann ja nicht jetzt seine mutter helfen und danach gut das gibt mir die ab alter 15 13 17 8 9 6 jungs die runde wird schon passiert und kürzer wenn wir jetzt so los ist schon freundlich trotzdem so wie gesagt nico wenn du irgendwas gesagt hast die gegen meine ari plays da hast du den beweis dass ich kann auch wenn du mir glaube ich die meiste zeit zugeguckt hast er aber man sieht ja nachher da hast du deinen beweis auch wenn du keinen beweis verlangt hast ist mir egal trotzdem alter ari shit ja ich bin noch da meine gesagt habe dass ein abwacht champion ja ich weiß dass ich noch ein abwacht champion ist jemals aber ich spiele sie trotzdem einfach das für die russ oja mann dieser film war so geil meine beste film alter das ist der bei diesem jahr ist meine da kommen wir sind sehr gut weil hier ist ein geiler film aber smiley ist nicht die sache es ist nichts für schwache nerven es hat nicht schlimm es gibt sehr viel schlimmer ja aber ja aber manche stellen sind schon echt fricking abgefragt weiter konnte gerade denken dass ich skripte ich habe meine ee gemacht habe den links ist genau in dem umblick gestorben und aries reingelaufen oder skriptest du wirklich nein aber sag's keinem ich habe ihn fast schon level 3 also ich habe ihn seit gestern ich habe es drei runden mit ihm gespielt oder ein bisschen mehr aus keine ahnung aber er macht sehr viel spaß es ist ein sehr komplexer champion er macht ja auch spaß hoffen mein jungen was ich glaube ich bin ja auch machte der wir sind so viel schaden hat mich gut ja okay ganz klar dann ist ja der jacks eigentlich ist er hat nicht mal blubach gemacht wird der blubach fand ich da so hey was tut der junge denn da jetzt macht der kill der ganze kann sich entscheiden wenn er sich gern soll nimmt sich aber alle wie schlecht kann das schlecht ist die kugeln zu treffen ist nicht gerade leicht ich spiele vor allem nicht gegen so mobile chance richtig auch bei den kugeln wenn ich ihn mal spiele jenks und das war ein jenks und die jenks und liebten über die er die probieren haben trotzdem und triff trotzdem der euro und nicht einmal so auch ob die rote ob das zusammen doch wie sind die sind wird aber jetzt ist er oder die bildung der sand 3000 jetzt hast du auch das lied ist so schlimm also ich finde es nicht scheiße um anhören also sehr 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 emotional auf jeden fall danke fürs zusehen das war mein s mainplay und der geile passwort knacker war da also die runde war echt wundervoll gut noch mal danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal